Hä? Irgendwas ist doch hier komisch? Nö. Aber es ist doch irgendwas anders. Ah-ah. Sind wir etwa umgezogen und ich hab's nicht gemerkt? Nope. Aber wir könnten umziehen. Aha. Ja, mit unserer Umzugs-App. Die hat mir Marty McFly aus der Zukunft mitgebracht. Na, aus der Zukunft, die wir nicht kennen. Zeitstrahl und so, weißt du? Und wo wollen wir hinziehen? Hm. Lass mich überlegen. Wie wäre es denn mit Köln? Och nee. Berlin wär doch geil. Aber doch nicht hier. Hier steht doch schon einer. Und hier? Hier ist es perfekt. Aber wir sollten ihn noch ein wenig umdesignen. Perfekt. Und jetzt nochmal. Hä? Ne. Ach so. Irgendwas ist doch anders hier. Ja. Wir sind nach Berlin umgezogen. Was? Och, dann bin ich mal shoppen. Tch. Weiber. Ja, der Funktum ist nach Berlin gezogen. Und mehr ändert sich aber auch nicht. Höchstens, dass vielleicht wieder mehr auf diesem Kanal was passiert. So eine Umzugs-App ist doch ziemlich praktisch. Und vor allem ging das ziemlich schnell. Doch was meint ihr? Was für Apps wird es in Zukunft noch geben? Was für Apps würdet ihr euch wünschen? Hier kommt ihr noch zu meinen älteren Videos. Und zwar war ich ja schon fleißig in Berlin. Und war auf der Venus. Die größte Erotikmesse hier. Und hab da gedreht. Dann geht es hier noch zu einem Video zum Tubers Club Treffen. Wir haben uns in Köln getroffen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssen und vergesst nicht... Hm? 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 Hm?